Ja, willkommen zurück, ich bin Arvid Cech. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich 100 Festplatten und mehr an einen PC einbinden kann. Wie ihr wisst ja, Laufwerk ist irgendwann zum Ende. Es geht ja bis Z und dann ist Schluss. Und ich mache das einfach anders. Was muss man machen? Man legt sich einfach einen Ordner an. Also rechts legt einfach einen neuen Ordner und den benennt man, wie man gerne möchte. Zum Beispiel nehmen wir das Festplatten. So, und das ist sozusagen auch... Jetzt habe ich ihn auch zu sehen gelöscht. Das ist auch sozusagen der Trick. Man bindet Ordner. Und jetzt, wenn ich sage, okay, ich hätte jetzt gerne hier die Festplatte 1, dann sage ich das zum Beispiel jetzt meine Festplatte 001. Jetzt aktuell ist es nur ein Ordner und hat eigentlich gar keine Verbindung essentiell zu einer Festplatte. Ich würde aber gerne zum Beispiel, dass er meine Festplatte 001 14 Terabyte bindet. So, das heißt, wie mache ich das am geschicktesten? Und die einfachste Methode ist über die Dateienträgerverwaltung und ihr könnt auch sozusagen mehrere Bindings gleichzeitig haben, dass ihr von mehreren Orten gleichzeitig auf eine Festplatte zugreift oder auch mit Laufwerksbuchstaben arbeiten. Aber wie gesagt, die sind halt irgendwann zu Ende. Und das Ganze dauert hier ein bisschen, ja, weil ich einfach 106 Festplatten dran habe, bis das hier geöffnet ist. Vergeht ein bisschen, ja. So, da kommen meine Festplatten. So, und jetzt seht ihr, ich würde jetzt gerne also Festplatte 1 verbinden, ja. Das heißt, rechtsklick Pfade, also Laufwerksbuchstaben und Pfade ändern. Und ihr seht eigentlich schon, hier ist ein Binding drin, ja. Das lasse ich auch, sonst funktioniert mein Schia nicht. Ihr könnt zum Beispiel, wenn hier ein Binding zu D wäre, ja, dann würde das Ganze so aussehen. Ich binde jetzt einfach mal die Festplatte zu D. Das heißt, wenn ich jetzt auf meinen PC gehe, habe ich hier eine D-Festplatte, ja. Und meine Empfehlung ist jetzt dann folgendes, rechtsklick Buchstaben ändern, Laufwerksbuchstaben ändern. Dann kriegt ihr das D, das brauchen wir ja nicht eigentlich. Das heißt, das könnt ihr hier entfernen. Meistens schließt sich dann das Ganze, dauert aber ein bisschen. Man sieht das hier, es ist aus dem Arbeitsplatz verschwunden. Und jetzt klicken wir einfach und verbinden uns mit unserem erstellten Ordner. Dazu müsst ihr hier auf leeren Ordner bereitstellen. Der Ordner ist unter C, Festplatten und die Festplatte 001. Und das war es eigentlich schon, ja. Mehr ist es nicht, wenn wir jetzt hierher gehen und auf Festplatten gehen und 001, dann seht ihr, wir landen hier in den Inhalt von der Festplatte. Vorher war nichts drin in den Ordner. Genauso, wenn ich über die Chia-Festplatte gehe, meine erste Festplatte, so sieht es aus. Manchmal, also es ist so, manchmal ändert Windows dann das Aussehen des Laufwerks. Wer es möchte, kann es ändern. Wichtiger ist vielleicht noch das da hier, ja. Ich finde es eigentlich ganz praktisch. Verwendet der Speicherplatz, freie Speicherplatz und Größe sollte man eigentlich drin haben. Das macht eigentlich das Ganze viel geschickter. Das heißt, ihr geht jetzt her und müsst einfach hier, weil es macht eigentlich keinen Sinn, das Ganze hier zu ändern, ja. Änderungsdatum, das macht wirklich, das sind so Sachen, wo einfach keinen Sinn machen. Und was für ein Typ das ist, ist auch eigentlich wurscht. Und das heißt, ihr müsst einfach jetzt unten suchen nach verwendeter Arbeitsplatz. Also ich habe es noch nicht gesehen, ja. Also hier rechtsklick, Ansicht, Moment, ja, hier rechtsklick, Weitere und dann geht ihr runter und dann müsst ihr unter Verwendet Speicherplatz einmal auswählen und dann noch Freie Speicherplatz, also über F suchen, ja. Das ist ein bisschen durcheinander, ja. Und wenn ihr beides angeklickt habt, dann erscheint das Ganze und dann kann man sich das zum Beispiel ein bisschen größer ziehen und sich das anordnen. Dann sieht das Ganze auch praktisch aus, ja. Und leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden. Das Ganze wird noch in Kilabyte angezeigt, wo ich mir denke, so, hm, also mir wären vielleicht Gigabyte ein bisschen geschickter. Und genauso wie hier, falls jemand das kennt, wie man das abändern könnte, dass man es in Gigabyte anzeigt, wäre natürlich schön. Aber im Prinzip seht ihr dann, wie voll der Speicherplatz ist und ihr habt das Binding zu der Festplatte. Und so könnt ihr alle weiteren Festplatten einbinden. Wenn ihr das Ganze rückgängig machen wollt, einfach Rechtsklick, Laufwerksbuchstaben ändern und in dem Fall lösche ich jetzt einfach das Ganze hier raus, ja. Und da sieht man auch, jetzt sieht das so aus, ja, wenn ich da draufgehe, ist da nichts drin. Jetzt zeigt ihr mir an, so und so viel Kierarbeit, das Gerät manchmal durcheinander und dann kann man auch das Ganze wieder löschen. Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch wieder euer Laufwerksbuchstaben hinzufügen. Okay, das war ein kurzes Video, weil ich schon mehrmals gefragt worden bin, könntest du das ganz kurz zeigen und ich habe das schon ein paar Mal jetzt erklärt. Und irgendwann denke ich mir so, vielleicht macht es doch Sinn, das Ganze zu zeigen, ja. Und dann, wenn das richtig funktioniert, dann sieht das Ganze so aus. Da hat man hier alle Festplatten schön drin, nummeriert sie sich durch. Und meine Empfehlung ist immer in der Festplatte drin, also wenn man die Festplatte öffnet, mache ich mir nochmal einen Ordner ein, wo genau die Beschriftung der Festplatte ist, damit ich sozusagen weiß, wo ich drin bin. Falls mal aus Versehen mal was falsch verlinkt ist, dann weiß man, okay, hier steht 1, also 001, das ist meine erste Festplatte. Und jetzt, wenn ich es aufmachen würde, dann würde 10 dran stehen und ich bin in 1 drin gewesen, dann weiß ich, okay, hier habe ich irgendwas falsch gemacht, jetzt muss ich nochmal schauen, irgendwas habe ich falsch gebeindet. Und damit bin ich eigentlich am Schluss hingekommen. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Ich hoffe, das Video hilft dem einen oder anderen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein und lasst mir natürlich einen Daumen hoch da und ein Abo. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.